Die blau geringelten Kraken sind eine der gefährlichsten Kreaturen im Ozean und dabei nur um die 5 cm lang. Dieser Oktopus liebt es, seinen kleinen bösen Körper durch die flachen Riffe zu schlängeln und alles zu beißen, was ihn nervt. Wie zum Beispiel deine Hand oder deinen Fuß, der es wagt, in sein Gebiet einzudringen. Dieser tentakelige Totenscheinaussteller hat genug Gift, um 26 Menschen auf einmal zu one-shotten, während sein ultraschnelles Gift von allen Seiten durch dein Nervensystem fegt und deine kümmerliche Existenz am Boden liegen lässt.